Kappers 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 Weißt du jemand solche Menschen wie du können erschossen, Kappa? Kappa Ich starte euch Kann ich mir eigentlich direkt das kaufen? Ne, kann ich nicht Ich fühle mich getrollt Ich fühle mich getrollt Wir überlegen jetzt jemand, das ist ne Aufnahme Jo, hi Hi Deswegen hab ich immer gesagt, am nächsten will ich dich erschießen Jo Mir egal Ich weiß noch nicht, je nachdem Je nachdem wie hart die Gegner zerstört werden Komplette Zerstörung Sion, komplette Zerstörung Der Yasuo, der schon zwei mal Yasuo gespielt hat im Ranked Und dann ne Durchschnitts KDA von 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 ist nicht gut Hmm Need Pull Sie immer nur gestern Pull, oder? Hier braucht man keinen Pull Hier braucht man keinen Pull Du solltest nur die Barrel ein bisschen früh setzen Minions Minions Ich hab immer einen Spell von ihr Das war's aber auch Wieso hast du das Infoset drinne, Simon? Damit es zusammenpasst Das ist widerlich Okay Ich hab'n Namen eh aus Naja Mir egal Oh, hi Deko hat niemand gesehen Ich hab'n's gesehen Irgendwie machen die überhaupt gar keinen Schaden gegen mich, Simon Weiß nicht Naja Ich weiß auch nicht, ob man den Großen erst machen sollte oder den Kleinen Aber Gras kommt gut durch Naja Hier kommt jeder gut durch Sogar Simon kommt gut durch Der ist der schlechteste Jam in eurer Zeit Oder Simon? Ja Das sag's immer von dir selbst aus Du verlierst schon die Trails Jetzt, okay He, nice Na, verlier nicht Sie hat schon Angst Find ich, brav Ich hab'n bisschen Präsenz gezeigt Oh mein Gott Ich muss ja glaub' ich Counter Jungle allmählich Ich kann mir ein neues Item . Oh, der Altar hat sich entlockt. Let's go, Boys. Wird er flashen? Nein, er wird nicht flashen. Flashen oder nicht flashen. Der good guy. Das war ein schlechtes Browler. Aber ist relativ egal. So, ich glaube, der geht jetzt erstmal zurück. Simon, bist du bereit? Komme! Natürlich. Wow, er hat meinen... Du siehst, dass jemand ganz klar hat pläht. So macht man das. Am Ende war es halt so. So, nicht anders. Ich glaube, die perfekte Rein-Push für dich. Du bekommst an sich fast alle Creeps, ja. Und du bist auch nicht vorteilig gestorben, das heißt, du hast auch XP bekommen. Ja. Gucken wir es mal so. Ich auf Tank war nicht. Ähm, und ich hab die Trades gewonnen. Oh, Simon, ein richtiger Boss. Wer tief läuft. Okay, nicht mehr. Trotz, okay. Wieso bin ich höher als du? Wieso bin ich höher? Der Melfight farm ich auch nicht bekommen. Du hast vorhin... Du hast XP bekommen. Äh... Ja. Was war das denn bitte? Wie bitte? Wie boost war das denn, Simon? Holy shit, ey. Wen meinst du? Der Melfight. Danke. Simon. Danke. Komm mit mir, Büro. Komm mit, Mob. Dann kommen die wieder ab. Ich glaube, die brauchen auch eine Minute hier. Warum sie? Wenigstens hast du nicht reagiert, wie der letzte Bronzespieler, Simon. Ich bin unbranked. Ich sag, wie ist das? Hast du nicht reagiert, wie der letzte Bronzespieler? Komm nochmal. Ist der da? Jetzt, let's go, Simon. Let's go! Ja. Wir wollen... Ja, ja, der hat doch kein Ultimat. Und jetzt? Ich merke schon, ich bin hier in der... Du wirst... Geh mal. Geh dahin. Jetzt, wir können ja nicht ein Altar nehmen. Komm mit. Komm mit. Komm, hättest du wirklich erwartet, dass ich nicht dahin gehe? Ja. Weil du wieder da hingehen wolltest, Lane. Ich weiß. Jetzt nehmen wir noch die Wölfe mit. Machen den restlichen Jungle. Aber das Schöne ist, bei diesem einen Fight... Komm mal kurz... So, jetzt kann ich das erstmal nachsynchronisieren. Simon, nicht sterben. Ich gehe gleich zurück. Jo. Noch kurz in meinen Jungle und dann gehe ich zurück. Warte, hättest du... Ich habe Healpots. Richtig großer Junge, der Simon hier. Ich habe Healpots. Und... Skilled holt. Okay. Outskilled, Simon. Outskilled. Meldfighter outskilled mich. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es eher nicht gesehen, aber ich glaube, ich kann es mir denken, was er gemacht hat. Er hat R gedrückt. Er war viel zu greedy. Ja. War viel zu greedy. Wo ist er? Die ist einem Nordsilver. Keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Die zwei hatten keine Ultimate mehr. Ich schon. Ich bin im Level ja ahead gewesen. Er hatten keine Chance gegen mich. Ich gehe mal kurz rüber. Ja, let's go, boss. Ja, pass mal auf, Simon. Das ist der Master Chi. Shandling ist so einfach. Vor allem, wenn man halt gegen Leute spielt. Auch mehr. Die überhaupt irgendwie null Ahnung haben. Betreut man sich da auch viel mehr. Hi, E-los ist halt wieder etwas komplett anderes. Schau mal, Simon, ich da habe. Kommst du her? Ja. Bist du bereit? Ja. Das meine ich. Ja, Simon, kommst du her und ich habe gerade Master Chi an meiner Bucket. Wer versucht mich gerade zu töten? Warum gar nicht? Ich habe Master Chi an der Wumpe. Hier ist ein Mal-Fight. Keine Ahnung, ob ich noch XP bekomme. Darauf resultiert wiederum auch egal, wie viele Spiele du noch spielst hast, du kannst immer nur schlecht sein. Der Master Chi hat tausend zwei halt Normal Games. Was? Der hat tausend zwei halt Normal Games zum Master Chi. Er hat wirklich nichts. Die Nose-Fight. Ja, hat keinen Wärtschmer. Holy shit. Oh, der sah von mir aus Platt. Oh, Platt bei mir. Sia. Okay, jetzt habe ich mich beinahe selbst aus Platt. Beinahe. Komm mal her. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas hochladen sollte, weil das ist einfach nur lächerlich. Das meinte ich gestern auch mit, das Game ist langweilig. Bei Caitlyn, das war dann noch schlimmer. Das ist sowas für dich wahrscheinlich so Bronze zu Diamond machen. Das ist ein Format. Ich mache es gleich so. Als Schrenglad bin ich sowieso meistens überlegen. Vor allem als Kragas und als Giste. Komm nochmal. Bist du bereit? Pass auf, ob du mir eine Hilfe hast. Pass mal auf. Aufpassen. Was? Hast du diese Predictions gesehen? Ich gehe jetzt mal hier rüber und in den Altar. Eigentlich fast eine Lucky Q. Egal, wenn er so dumm ist und heuenrinnt. Sia. So lächerlich. Ich würde nachher denken, wie das ist noch so ein Shortcut und dann ist es einfach 3 gegen 3. Aber weil es zu kurz ist. Ich bin mir nicht mehr so ein Shortcut und dann ist es einfach so ein Shortcut. Ich habe überall Killbeteiligung bekommen. Ich habe von 13 Kills 100% Killparticipation. Also 3 gegen 1. So lächerlich. Ich glaub momentan spricht man auch drauf, es ist 3 mit Junger, ich bin mir auch unsicher. Ich spiel's auf jeden Fall und hab damit großteils Erfolg, außer wenn jemand meint, ja das ist ne Riven, dann geb ich mal 6 Kills. Ja macht ihn auch noch ein bisschen platt, naja. Vor allem diese Spieler wissen auch nicht wirklich wie sie von behind spielen müssen. Ich glaube noch ne Menge Risks ein, oder spielen noch zu offensiv. Ich steh grad zu offensiv. Die Knowledge ist nicht wirklich bis jetzt ausgeprägt bei dem Geist hier. Einmal kannst du so ein Gameplay nennen und nenn's einfach ich spiele gegen Noobs. Neues Format, Kappa. Die Spieler gegen Noobs, Ausrufe, Zeichen, Gold League ist ne Scheiß. Okay. So in etwa. Ich glaub die kriegen mich nicht mal zu dritt klein. Denk ich nicht. So tanky? Oder? Jaja, die sind ja fast nur Arie. Und Malfight ist nach meiner Meinung. Okay, Ari. Nimmst du einfach meinen großen Wolf weg. Ist auch freundlich. Oh ja. Jetzt gehen wir nochmal in die Gegend nach Jungle rein. Ich bin Level 13, von dem ist der höchste Master Yi mit Level 10. Was heißt wir da oben jetzt? Der ist tot. Oh. Ja, Bro. Mal da. Komm mal. We are Bro. Komm mal mit. Scheiße. Gold. Zwei. We are Bro. Oh. Herrlich. Komm mach mal den hier. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr Eier. Ja, so geht das. Er sagt, du bist... Er sagt... Mein Gott, dieses Englisch. Er sagt, du bist... Komm, das ist gerade einfach nur Kiddybitcherei. Das ist typisch, Simon. Hast du sicherlich auch schon mal gemacht in deinem Leben? Mittlerweile... Dieses Jahr aber noch nicht. Dieses Jahr auch noch nicht. Eigentlich halte ich mich im Chat zurück. Ich hatte noch nie einen Chat-Bahn. Vielleicht... Auf Karon ist aber das da gern mein... Ähm... Dings. Der hat dich ignited. Ja, der hat dich ignited. Oh nein... Oh nein... Go... Ich misplä hier eigentlich so viel, aber das ist relativ irrelevant. Mittlerweile... Ist einfach zu lustig gerade. Einfach stehen bleiben. Hey. Der würde ich nicht... Die 10 K... Die 10 K... Äh... Wieso habe ich das Gefühl, dass der... Dings noch stirbt? Der Master Yi. Okay, ist von Malfoyd. Der stirbt auch noch. Der hat einfach keinen Schaden. Oh herrlich. Ich bin glaube... Um die 10 Games. Ja. Ich weiß nicht, wie man überhaupt hier verlieren kann, dieser Elo. Naja, du bist halt einige schlechter als ich. Warum... Ich schaff's da eigentlich auch relativ konstant zu gewinnen, nur... Hm... Weiß nicht, warum... Schau den... Ich weiß nicht, warum man in diesem... Game-Odd-Ward bespielen sollte. First run of the day. Er ist halt komplett ridiculous. Naja... Hallo. Blacks, please. Hallo! Blacks! Yeah! Yeah! Ja... Das war unlucky. Äh... Nicht unlucky. 500 HP. Aber hey... Du brauchen schon Menschen gutes Internet. Die Telekom hat hier eine zentrale gutes Internet. Die schauen sich da wahrscheinlich eh... Nur... Keine... Videos an. 2K-Leitung... Egal. Katzen-Videos sind wichtiger. Ja, sind echt... Oh... Masseis hier da. Ha... Sterben möchte ich irgendwie nicht. Immer versuch's dieser Typ wieder. Immer und immer wieder. Meinen Farms. Ja, Ori. Ja, ja. Ich bin schon am traurigsten, dass ich so viel Farms hab wie du. Ne, ich hab mehr Farms als du und ich hab fast so viel Farms wie die Armi. Meine Fresse, kann der Ping sich bitte einbekommen? So ein bisschen. Ich merk's. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh... Oh... Wolltet ja. Ich glaub ich hab... What?! Hahaha... Hahaha... Holy... Holy glory. Holy glory. Holy glory. Oh... Oh mein Gott, das war das einfachste Game meines Lebens glaub ich. Oh mein Gott, ich hab besagt. ... fist go gut. 好ugi. Wurt oder auch wo sch mejorar wie einen Lore auf der Seite? Warte, du bist verd... Du kann... Ok... Mit dem Account kannst du aber keine 30 sein.